Hallo? Okay. Okay. Huh? Verdammt! Das hätte ja klappen können. Okay, ich darf keine Starkangriffe machen. Okay. 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 Drei, vier. Nein, verdammt. Komm. Das war der falsche. Oh, es hat gereicht. Wunderbar. Really, Marius? Es hat sie überlebt. Wo ist das ganze Blut hin? Oh, really? Das ist ein langweiliger Buzzfight. Okay. 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 Muss ich jetzt nur noch ausweichen, oder was? Oder ich muss es einfach nur richtig timen. Das kann auch sein. Ich versuch's nochmal mit dem timen. Okay, bei dem nicht, aber... Ach. Oder ich weiche einfach ständig aus. Ja, natürlich. Hat die ne Monobraue? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zurück. Zurück. Leute. Was für ein Kommandoport, die hat beim angreifen. Ahnt das mal. Komm. Seht ihr das? Ja. Komm. Ja. Komm. Ja. Ja. Wenn sie nicht. Ja. 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 Oh, meine Güte, ist das langweilig. Ich habe nicht mal gedrückt gehalten. Ich habe einfach nur die ganze Zeit gedrückt wie so ein Bekloppt. Mich hier. Perfekter Treffer. Eine Rolle, zweite Rolle und Angriff. Eine Rolle, zweite Rolle. Roll weg! Oh, alter Schwede. Ich habe schon längst wegrollen gedrückt. Oh Mann, Alter. Moment, meine Hände sind zu sweaty. Oh, was ist das für ein Bosskampf, Alter. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal ständig ausweichen und einen Hit machen. Wie habe ich das denn gemacht? Ich habe einfach abgeblockt. Einen brauche ich noch. Einen brauche ich noch. Komm. Ja, oh mein Gott. Dankeschön. Woher kennen die meinen Namen? Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Das Schicksal macht uns zu Feinden. In einem anderen Leben. In einem anderen Leben vielleicht. Nicht in diesem. Nein. Nicht in diesem. Nein. 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 Tu es, Römer. Tu es. haben wir. nicht in diesem. Ja. Gott.